Hallo und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge Nesvaro und ja, der Nix ist wieder am Start. Hallo. Und ja, gehen wir mal wieder auf den Server. Drei, zwei, eins. Okay. Was wir heute vorhaben ist so etwas, so Dias suchen, das ist schon mal klar. Was noch ist dann, ähm, wie soll ich sagen, ähm, warum hab ich so viel Hunger? What the hell? Ich hab mega viel Hunger gerade, ich kann nicht mehr rennen. In der Hand, ich hab noch ein Steak. Ja, ich hab auch noch eins, ich hab noch ein. Ich hab noch, ich hab noch ein Rosinchen. Ich hab mir mal aufgefallen, halt ich nicht in den Metern. Ich hab jetzt nur noch ein Steak. Naja, okay, was wir wollen, sind erstmal Dias Frauen. Daraufhin, ähm, ich hab jetzt schon mal eine zweite Eis und ich bin zackt und wir suchen jetzt nicht für Dias. Ähm, in welcher Höhe ich bin, sind wir denn? Über, 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 ja, okay. Kann ich denn jetzt vielleicht jetzt mal suchen. Ja, Redstone, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, statt Dir ist es in Lava. Ist in Lava, ja, genau. Ähm. Okay, noch mehr Lava. Okay. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Kommt zu Dir, ne? Kommt zu Dir, ne? Mein Herz hat gerade... Kennst du dieses Gefühl, wenn du so denkst, oh, ich hab Dias, aber also so ganz, 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 wenn eine Millisekunde so auf einmal dein Herz aufkocht und denkst, oh, du wirst Dias. Was? Ja, dachte ich auch, ja. Ja, und dann war schlaflös. Ja, ne, ich bin jetzt zurückgegangen und hab eben zugebracht. Wo bist du? Wo bist du heute hin? Ich bin bei den Elfen und du? Äh, ich frau mich gerade, ne? Ich weiß, es ist nicht so auf. Hinter diesem Buch. So. Ich bin da schon... Ich bin da schon. Es ist ein großes Geräusch. Was ist das auch? Das ist ein großes Geräusch, das? Das ist ein großes Geräusch. Okay, gut. Ja, ich bin da schon. Ist das auch gut? Kann das jetzt nicht so gut sein? Man, wie können wir hier einfach mal keine Dias finden? Was ist es das hier? Ah, ich bin da ich so wie sie auf der perfekten Bier. Ich bin da so ein Scheißdreck aus der Eisenachgabe. Ich bin da schon welcher. jetzt und natürlich e ein und Prozent Städte zu ich weiß dass wir geben die GmbH machen das war es die Janusso Koppelgau verdugt ist entgekippt ist ja auch sein das kann gut sein umstrichen ja ich kann nicht hier sein die ist ein bisschen ja ich komme jetzt mal ums Redstone hier ist gar nichts gescheitert so weit er hat der perfekte so ein Leben und jetzt nicht die Ländler die Koordinaten zu lesen werden hat man hier so schnell in Röwe gebraucht und mir dazu und noch kein Mannschaft hat er nicht mehr und hat immer die Erachter wie ich über die Gruppe er und noch immer zu er habe ich um hier früher mal ein Tutorial angeguckt damit ich verstehe wie er was sie da machen und es ist so ein Silberfisch ich erschrocken ich verstehe dich vor, irgendwann kommt in Minecraft so DIA Erz wo dann Silberfisch und Spawner drin ist oh das ist so hart deprimierend aber so hart da kommt jetzt in 1 12 1 oder 1 12 2 keine Ahnung welche 1 12 1 ist schon draußen achso ja Albi Usen muss sein Alter ich habe eine Höhle gefunden ja nice aber hey war ich hier nicht? ja moin da war ich oder hä? komm mal her hast du das? was? hier ist ein Zombie ja weil ich mich auch so anhöre wie ein Zombie wo bist du? wo bist du? wo habe ich mich hingebaut? guck mal hier siehst du mich nicht? komm mal zu dir hier ist hä warte mal hast du dich hier hast du dich hingebaut hä hier ist nein hier gehts lang hä warte ich bin jetzt grad verwirrt komm mal hier mit hier war ein Zombie da hinten hier ist so ein ähm ich bin jetzt eben hier raus gekommen oder brauchst du das? nein ich bin hier raus gekommen hier ist unser Gang ne das habe ich gebaut eben ja ja und dann habe ich mich hier lang gebaut ne 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 dann bist du nicht gegangen hast du ist es ist aber nicht deiner? was sind die denn schon? nein hier geht immer was er zugemacht er zugemacht hier war vielleicht war die Bier das ist nicht unser Weg nein ist so ich weiß ja keine Ahnung wenn sich dein ach du scheiße da das übrigens gefühlt im Internet bei oh nein ich mache das habe ich hier nicht gemacht äh ne hier war jemand hä da oben da oben hier oben nein hä 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 WTF da hinten da hinten da war der Zombie also das ist auch ein Lavasee der wieder geflügt obsidianvoll ist also ich würde vorschlagen wir braten jetzt eben ein bisschen Stein und machen das in Kien zu und zu also unseren Weg und verpissen uns in eine komplett andere Richtung ok ne aber hier müssen auch schon alle gewesen sein aber hier war schon alle der Vater und so aber die sind inzwischen schon damit ich brauche eben und noch das hinzu ok hab ich hier mitgenommen ja habe ich muss man nicht zurück ja ich hab noch einen Stack irgendwie halben Stack Eisen noch oh ja dann tue da rein so die Eisenblöcke rein dann alter ich bin grad so geschwägert dann brauchst du irgendwie Blöcke hmhm oh Gott ok lass es mal hier bis hier weiter bauen ok ich erschwitzt ja moin was das war ich das war ich das war ich das war ich ich hab hier gespütteln ja so ne Angst hab ich sie grad ne ok ich mach Zug das hab ich sie abstand das ist zu schnell Lava ist oder so Eisen ich höre Lava das ist jetzt so gefährlich ne ja ja ok komm diesmal bin ich dir jetzt komm das schaff ich äh welche Höhe bin ich äh 11 ja hier müssen die ja sein mal nehmen so beschweren kann ich nicht da normal se- mal ne äh weniger wie schnell kann man so was sagen also ich kann mich denn normalerweise beschweren hm aber eher weniger äh weniger genau so ich bin 10 jetzt und warum in aller Welt sind hier keine die erst stattdessen äh der Ofen ist wo da oder äh links ok das ist ein Inventar voller Cobblestone oh Gott wo ist ähm die Workbench ja die hab ich noch warte ich komm bitte so ok das hab ich gehört ok ja das hab ich gehört schön ok ähm stack redstone er ja Es nennt unter der dünn unter der dünn unter der dünn und oder oder das da ist der Teufel so hier nein ja nie so ich abbauchen 1, 2, 3, nimm den Archivement. 4, 5, ja! 6, ok 6 Dias. Enchanter ist schonmal safe, aber wir brauchen noch was anderes. Ok 6 Dias, hier ist Lapis. Haben wir schonmal noch was? Was wir brauchen? Hier ist nochmal Lapis. Oh, was zu Glück, ne? Hier müssen die erst sein, hier, das müssen noch mehr die erst sein. Ganz so schnell findet man, so, noch eine Quelle nicht. Wie, wie hast du? 6. 6, ok. Was hast du noch essen? Ein Hühnchen. Ich würde sagen, wir müssen noch was. Hier ist diese eine Höhle wieder, wo der Zombie war. Ich würde sagen, wir müssen hier, dingstens, hoch. Aber das ist mega gefährlich. Der Mann hat Dias. Ja, sie sind voll iron. Oh, meine Schlepper zieht die Hände drum herum. Ohne, hey, hey. Ok, Redstone. Der Neues Mikro ist voll hier, feinfühlig. Also, normalerweise hätte man jetzt nicht gehört, dass die ein Clou da, meine Schwester in Clou da rumzieht. Hast du ein neues Mikro, oder was? Ja, ja. Ja, das hört mal raus. Bei dir ist es irgendwie so etwas dumpf. Das alte, der nicht funktioniert hat, habe ich mir den, äh, noch ein anderes Gurt. Und, äh, damit bin ich echt zufrieden. Aber das ein bisschen feinfühlig. Halt. Hier, ich muss es viel zu essen. Ich habe noch drei Hungerbekommen. Ja, mach. Oder hast du weniger? Ich habe noch zwei, anderthalb. Ne, ne, ich habe, äh, was glaube ich? Ich habe noch genug. Okay. Da. Also, okay, also wir haben jetzt, äh, warte, hopp, da. Okay, wir können uns auf jeden Fall einen Ambus machen, wenn es mich gebraten ist. Ja. Ja, moin. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den nächsten Prozess, oder? In der nächsten, in der nächsten, ja. Ja, in der nächsten Prozess. Okay, ich habe jetzt noch eins von mit Fleisch, aber kann mich auch nicht, wann wir in der nächsten Folge, äh, in der letzten, wann ich sie zu Hause sind. Ich habe mir auch geguckt, aber gut. Ich bin noch ein Chuck. Ich mache schon mal eine Diapk. Das ist mein Wünster oder das, Jan. Und der kann hochgehen, in Schader. Ich habe, wie viele Level hast du, ich hab, äh, 11? Äh, was nie, hier ist er. Wie viele Level hast du? Okay, ich hab zwölf. 12, okay. So, ich guck mal hier nochmal. Ein paar Diers brauchen wir schon noch. Naja, auf jeden Fall. Den haben wir gekickt. Aber mit Voll-Iron jemanden herausfordern ist hier auch bekloppt. Okay, eigentlich läuft man es ganz gut hier, weil wir die 6er Quelle gefunden haben. Ich sag mal, wir hätten einfach nur so Dias und wir finden einfach nur ein 1 in dir. Mann! Das wäre so bitter gewesen, das wäre so bitter gewesen. Genauso bitter wie dieses Gravel oder was. Alter, ich nehme jetzt hier was. So. Ich muss jetzt... Oh Gott. Es geht nicht. Moment. Ja, nein, es ist kein Block-Update. Äh, ich hab diese Lex nicht, also... Ist das vielleicht nicht mehr Probleme? Oder? Nö. 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 Letztlich die Kunden zu bringen. So, die Öfen ab. Wenn wir in den nächsten Köln hoch wollen, also wir müssen schnell öffnen. So, die Öfen ab. Mhm. So, die Öfen ab. Jetzt komm ich wie an deinen Striplangang. Okay, drei Sekunden. So. Oh Gott, ich hab mich kann nicht mehr... Ja. Dann... Ess das. Sag. Nee, ich mach's in der nächsten. Du bist kein... Nicht, dass es wieder passiert, was dein letztes passiert. Will? Das ist dein letztes, ne? Ja. Als hab ich so ein Gapel. Okay, dann war's mit dieser Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und... Ja. Lasst einen Daumen hoch. Abonniert dann meinen Kanal. Aber jetzt noch Niklas Kanal. Was weiß ich. Und... Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.